So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO bzw. eine Infofolge zum Juli-Update, Juli-Inhaltskalender, irgendwas, keine Ahnung. Jeden Monat kommt die Übersicht für den kompletten anderen Monat, der uns erwartet. Die Leute freuen sich schon immer drauf, sind heiß wie eine Kartoffel und sagen, was meinst du, was kommt in die Raids? Was meinst du, was wird es Neues geben? Meinst du, das feiert sein Debüt? Es ist immer einfach super genial, sich auf den nächsten Monat zu freuen. Was im Monat dann drin ist, ist meistens dann enttäuschend, aber dazu jetzt. Diese Grafik wurde gestern Abend um 19 Uhr oder so schon veröffentlicht, in Englisch, in Deutsch. Deutsch habe ich gar nicht mitbekommen, Englisch habe ich gedacht, beziehe ich mich lieber nicht drauf, sonst muss ich bei jedem Ding wieder rätseln, was da überhaupt steht. Und vor dem Stream wollte ich da jetzt nicht extra noch ein Video machen, sonst habe ich das gemacht, immer schnell hingerotzt, aber diesmal habe ich gedacht, lässt dir Zeit, warte es bis das Deutsche da ist, nimmst dir Zeit in Ruhe, liest du das dann vor. Jetzt bin ich eh schon wach, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das jetzt frühs auf in Ruhe. Gestern im Stream habe ich scherzhafterweise gesagt, guckt hin, das ist das Juli-Update, aber guckt nicht so lange hin, sonst wird euch schlecht. Warum diese Aussage jetzt dazu? Das Wichtigste, für mich Wichtigste sind ja immer die Raid-Kämpfe in Stufe 5, die legendären Raids. Raid-Kämpfe der Stufe 5, ich sehe Heatran oder Heatran, was gefühlt schon 500 Millionen tausendmal da war. Die meisten können das nicht mehr sehen. Ist in dem Sinne, meiner Meinung nach, ein unnützes Pokémon, was nicht wirklich was kann, ja, es kriegt jetzt eine neue Attacke dann, vielleicht ändert das irgendwas, ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass Heatran plötzlich nützlich wird und heftig. Der Boss ist so oft da, meistens auch immer zum Jahreswechsel. Hunderter habe ich, Shiny habe ich, für mich gibt es da eigentlich nichts. Ich bräuchte keinen einzigen Heatran-Raid machen, wenn es danach geht. Neue Spieler brauchen vielleicht noch den Pokedex-Eintrag, andere Gelegenheitsspieler suchen vielleicht noch das Shiny, aber ich denke mal, das Interesse an diesem Boss wird gleich null sein. Dann haben wir auf einmal Arctos, Zapdos und Lavados gleichzeitig da, was ich auch überhaupt komplett nicht nachvollziehen kann. Wir haben nämlich gerade an den Wochenenden, an den Juni-Wochenenden, Krypto-Arctos in den Raids. Wenn man also die Möglichkeit hat, Krypto-Arctos-Raids zu machen, um die starke Krypto-Variante sich zu holen, die man erlösen könnte für einen Hunderter oder ein viel besseres mit gutem IV, wozu sollte man dann noch normale Arctos-Raids machen? Früher gab es nur das, hat man das gemacht. Wir spekulieren ja darauf, dass eigentlich, hier steht überhaupt gar nichts davon, oder? Ich wollte sagen, wir haben darauf spekuliert, dass wenn im Juni an den Wochenenden immer Arctos da war, als Krypto, vielleicht im Juli und August, dann Zapdos und Lavados kommen. Jedes halt einen Monat lang als Krypto an den Wochenenden. Hier sehe ich gerade nichts davon. Das müsste ja bedeuten, dass vielleicht Arctos trotzdem die komplette Season an den Wochenenden als Krypto-Variante da ist. Das ist drei Monate lang, was auch schon wieder irgendwie total übertrieben ist. Und die anderen werden sicherlich kommen. Zapdos, Lavados wird kommen als Krypto nach Arctos, denke ich mir, zu 99%. Warum also jetzt diese drei Vögel nochmal in die Raids packen? Das waren die ersten legendären Raids mit, die wir hatten. Hunderter habe ich von jedem. Muss ich mal gucken, ob ich X11 für eins noch brauche. Weiß ich gerade nicht. Wird aber auch wieder so gut wie niemanden interessieren. Dann, was ein bisschen interessant wäre, Rigi Eleki und Rigi Drago. Da haben wir nämlich das Problem, die waren bisher nur in Top-Raids verfügbar, die man nur vor Ort machen konnte, man nicht einladen konnte. Die nur an ausgewählten X-Raid-Arenen waren. Wer keinen X-Raid-Arenen hat, konnte die gar nicht machen. Oder ihr habt keine Leute gehabt. Jetzt sind die dann in Fünfer-Raids da. Eine Woche oder so ungefähr. Wird für viele die Möglichkeit sein, sich diesen Pokédex-Eintrag zu holen, von dem, den sie noch nicht haben, weil sie eben keine Top-Raids machen konnten. Aber wirklich nützlich sind die, glaube ich, auch wieder nicht. Sind auch nicht in Shiny verfügbar. Sind das allererste Mal in den Fünfer-Raids. Reicht also, wenn man es gemütlich angehen lässt und vielleicht den täglichen Pass nutzt oder mit dem täglichen Pass was ganz anderes macht. Durchweggehend also generell die Fünfer-Raids diesmal ein bisschen mau. Wir können aber kurz das Datum sagen, von wann bis wann. Heute ist der 27.6. Heatran. Kommt also am Donnerstag, am 29. Juni bis zum 6. Juli. Heatran in den Fünfer-Raids. Meine Meinung dazu, habe ich gesagt. Während Heatran in den Fünfer-Raids erscheint, kommt gleichzeitig in die Mega-Raids Mega-Zobiris. Der ist neu. Den gab es bisher noch nicht. Da kann ich mal schauen. Vielleicht schaffe ich es ja am Donnerstag eine kleine Folge Mega-Zobiris-Raids für Zuschauer zu machen. Ab 18 Uhr kann ich schon mal ankündigen, dass wir ein Community-Raid machen vielleicht. Wenn der Raid-Boss-Wechsel ist um 10 Uhr, je nachdem ob Heatran oder Mega-Zobiris, was als erstes aufgeht von den beiden, werde ich als Community-Raid machen, als Video. Den anderen dann aber auch als Video, für den Folgetag oder so zum Beispiel. und einmal wenigstens Mega-Zobiris-Raids für Zuschauer, für die Leute, die sagen, sie haben eh niemanden, sie würden gern mit einem Fan-Raid-Pass einen Mega-Zobiris-Raid machen, zusammen mit anderen Leuten. Bietest du die Gelegenheit? Ja. Okay, danke. Ich habe die Energie. Ich kann den jetzt entwickeln. Fertig. Also Mega-Zobiris, was Neues für mich. Männlich, weiblich entwickeln, shiny entwickeln, Hunderter entwickeln, Mega-Level 3 wieder kämpfen. Entwickeln. Ist also interessant, Heatran nicht so interessant. 6. bis 13. Juli, in dem Zeitraum, kommen also alle drei Vögel, gleichzeitig aber auch Mega-Turtog. Mega-Turtog war auch eins der ersten Megas, die so mit da waren. Kann sein, dass manche den verpasst haben, noch Energie brauchen. Nehmen das, kann man mitnehmen und könnte man auch raiden, wenn man jetzt die Vögel nicht braucht. 13. bis 25. Juli, Regi-Ileki und Mega-Turtog. Mega-Logog hatte ja auch seinen Raid-Day zusammen eben mit Gewaldro und Sumpex. Wer da nicht gespielt hat, hat die vielleicht auch noch nicht. Sumpex war ja jetzt auch noch mal da, jetzt ist Logog noch mal da. Also wer da verpasst hat, hat auch nichts verpasst, weil er es jetzt nachgereicht bekommt. Würde ich mitnehmen, ist nützlich. Wenn ihr Regi-Ileki nicht braucht, nur den Dex eintragt, dann macht halt ein paar Mega-Logog-Raids. Für mich jetzt aber trotzdem uninteressant. Habe ich auf Stufe 3 schon durch, damals ein paar Raids gemacht, Energie gesammelt. Passt. Regi-Drago, 25. Juli bis 4. August. Gleichzeitig in diesem Zeitraum auch Mega-Desportar. Da, ich weiß gerade nicht, was es für ein Datum ist, würde ich auch wieder gucken. Der, der zuerst aufgeht von den beiden, wird in einem Community-Raid gemacht. Der andere wird auch in einem Community-Raid gemacht. Also Mega-Turdog und Mega-Logog, würde ich nicht in einem Community-Raid unbedingt machen. Vielleicht machen wir es auch doch, weiß ich noch nicht. Eigentlich begrüße ich immer nur die Neuen. Den Fünfer immer beim Wechsel und einen neuen Mega, wenn der eingeführt wird. Also zu Bieris und Mega-Desportar. Mega-Desportar würde ich vielleicht auch natürlich ein Stream, Raids-für-Zuschauer-Stream machen, an dem Tag, wo der erscheint, abends. Außer es ist ein Freitag. Vielleicht aber auch da. Ach, ich weiß es nicht. Je nachdem. Werdet ihr ja dann sehen. Mega-Desportar auf jeden Fall das Highlight im Juli. Wird gefühlt der beste Unlicht- und Gesteinsangreifer und der beste Dinosaurier im Spiel. Und das ist einfach so toll. Guckt es euch doch mal an. Das Bild hier oben wird extra hier nochmal in einem Foto gezeigt. Raid-Stunden ergeben sich daraus. Am 5. Juli Heatran, dann Arctos, Zapdos, Lavados am 12. Juli, Regi Eleki am 19. Juli, Regi Drago am 26. Juli. Raid-Stunden halt immer am Mittwoch. 18 bis 19 Uhr weiß man ja. Die Rampenlicht-Stunden, die uns bevorstehen. Am 4. Juli, Rampenlicht-Stunden halt so immer am Dienstag von 18 bis 19 Uhr. Am 4. Juli Geronimatz, da war das Shiny auch mal total selten, mit doppeltem Fangstaub. Ansonsten macht man damit glaube ich nichts. Am 11. Juli, Weilmar, mit doppeltem Fang-EP, braucht man 400 Bonbons zum Entwickeln. Wer da noch Bonbons braucht, nehmt's mit. Am 18. Juli, Rihorn, mit doppeltem Fang-Bonbons. Rihorn, auf jeden Fall Rihorn-Bonbons sammeln und farmen. Rihorn, ein richtig guter auch, Gesteinsangreifer, könnt ihr aber auch als Bodenangreifer nehmen. Entwickelt das durch, das ist auf jeden Fall ein Klopfer, ist für mich das interessanteste Pokémon von den Rampenlicht-Stunden. 25. Juli, Mangunior, mit doppeltem Verschickt-Bonbons. Das kleine Trump-Pokémon, machst da eigentlich nichts mit, also ist eigentlich egal. Forschungsdurchbruch ist immer noch der gleiche, wenn ihr halt eure Stempel gesammelt habt, könnt ihr da nach sieben Stempeln einen Durchbruch abholen, da ist entweder drin Zobiris, Tarnel, Ordoch, Quaff, Quaff, Viscora FM, hat sich nichts geändert. Und dann gibt es noch diverse Events, die angekündigt sind, am 1. bis 2. Juli, ein Go-Kampf-Wochenende. Ich habe bisher in der GBL immer noch nichts gespielt, keinen einzigen Kampf gemacht, theoretisch wollte ich diese Season mal komplett aussetzen, deswegen das letzte Ramses-Minus-Video gedroppt, wo wir GBL spielen, um zu zeigen, das meine ich ernst, dass erstmal das weggeht, mal gucken, ob es überhaupt irgendwann wiederkommt. Dann Party zum 7. Jahrestag, 6. bis 12. Juli, da wird es sicherlich wieder Kostüme geben, Community Day Classic am 9. Juli, eine Mütze voll Schlaf, 15. bis 16. Juli, das ist mein Geburtstagswochenende, Samstag und Sonntag, eine Mütze voll Schlaf, das passt ja sehr gut dazu, Riolu-Schlüpftag, 22. Juli, mega interessant, ich habe noch kein hundertprozentiges Riolu, ich brauche noch Bonbons, XL, der Shiny brauchst du eigentlich nicht, wenn du aber noch ein paar Shinies bekommst, sind die immer gutes Tauschmaterial. Abenteuerwoche, 27. Juli bis 2. August, da gab es ja immer viel EP durch Stops zum Drehen und hin und her und auch wieder Gesteinszeug und alles andere, also mal gucken, was uns da erwartet. Ja, im Rahmen der Abenteuerwoche ist ja dann auch das, da ist ja auch Mega-Despo da drin und am 30. Juli noch den regulären Community Day, ansonsten waren das erstmal alle Infos, die wir hier haben. Was ist euer Ziel? Auf was habt ihr Bock? Was werdet ihr raiden? Was werdet ihr machen? Was ist eure Lieblings-Rampenlichtstunde? Ich finde Rihonio irgendwie am coolsten. Ich freue mich auf Mega-Despo da, ich freue mich auf Mega-Zubiris. Naja, und da ich die drei Vögel und Heatran als Hunderter habe, bin ich gespannt, ob es bei Rigi Eleki und Rigi Drago in der Zeit, wo es da ist und ich den täglichen Pass nutze, vielleicht doch ein Hunderter gibt. Und ansonsten freue ich mich auf nichts. So, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out forhaut, euer Ramses.